Vielen Dank, lieber Edgar. Es hat so lange dauert, weil ich habe jetzt 10 Cent gefunden. Also wenn Sie irgendwann verloren haben und möchten, dann müssen Sie bei mir reden. Ansonsten fällt das für uns. Bis jetzt haben wir rechts von mir auch tatsächlich die Box für Spenden. Natürlich haben wir mehr Ausgaben, natürlich werden gefilmt bei uns. Ich bin immer ein bisschen froh, es muss nicht viel sein, aber natürlich haben wir einige Ausgaben, wenn auch ein bisschen Geld reinkommt. Wir werden bestimmt nicht reich davon, mag ich auch gar nicht. Aber es ist halt immer gut, wenn man halt so Kleinigkeiten, wie wir jetzt eben gehabt haben mit den Gasluftballons. Es ist egal, dass man im Film einfach das Material, der hat auch seine Auslagen, dass wir da immer ein bisschen Geld beieinander haben. Das muss auf keinen Fall ein Vermögen sein, aber das können wir immer gut brauchen. Wir werden das bestimmt immer da rein investieren. Also ganz eine klare Sache. Jetzt muss ich mich fragen, wie spät das ist, ob der Filmbeitrag halb neun ist schon. Jetzt schaue ich einmal, ob der zwei Minuten, ob der zwei Minuten, oder ich spreche mich nochmal ab mit meinem Team, was jetzt noch geplant ist. Ansonsten schauen wir gleich mal eine Minute oder ein paar Sekunden.